Hallo Leute, willkommen bei Ihrem Online-Hausberater Dr. Case zu einem quasi medizinischen Aufklärungsvideo. Es geht um ein oder einen Virus, den Islamvirus. Viren sind infektiöse Strukturen, die sich durch Übertragung verbreiten. Alle Viren enthalten das Programm zu ihrer Vermehrung und Ausbreitung, einige auch weitere Hilfskomponenten, besitzen aber weder eine eigenständige Replikation noch einen eigenen Stoffwechsel und sind deshalb auf den Stoffwechsel einer Wirtszelle angewiesen. Der Islamvirus wird leicht und schnell, vor allem akustisch, aber auch visuell von Mensch zu Mensch verbreitet. Es werden vornehmlich psychisch labile Menschen angesteckt, ernistet sich bei der befallenen Person im Gehirn ein und hat mehrere Auswirkungen, meist psychologischer Art. Die oder der Befallene wird selbst zum Wirt und Verbreiter einer Virenschleuder. Rituale werden verinnerlicht, die eine andauernde Erinnerung an die eigene Gruppenzugehörigkeit verstärken und Andersgläubige ausschließen. Es entwickeln sich gruppenspezifische, sprachliche sowie moralische Verhaltensformen, die Selbstvertrauen vermitteln. Im Gehirn werden rationelles, logisches und vor allem kritisches Denken abgeschaltet oder zumindest stark eingeschränkt, um eine Verbreitung des Virus zu begünstigen. Das System 1-Denken wird bevorzugt und fast ausschließlich angewandt, um Zweifel einzudämmen. Es kommt zu emotionell gesteuerten Glücksgefühlen und Fehlwahrnehmungen. Ein soziales Zusammengehörigkeits- und künstliches Akzeptanzgefühl wird ausgelöst, mit einem extremen Personenkult. Es kommt gehäuft zu unerfindlichen Höherwertigkeitsgefühlen, gepaart mit dem Dunning-Kruger-Effekt, sodass Äußerungen mit falscher Selbstsicherheit erfolgen. Die gutgläubige oder blauäugige Person nimmt ausschließlich Ratschläge aus der eigenen Gruppe an und misstraut allen, die nicht als zugehörig angesehen werden. Eigenes Verhalten wird als höherwertig eingestuft und in einer paranoiden Wahrnehmung wird Kritik eher als Angriff, vor allem der Gruppe, gesehen. Arroganz und rüpelhaftes Verhalten werden als Stärke, Dominanz und Überlegenheit gefeiert. Dies alles geschieht nicht unbedingt abhängig von der Intelligenz des Befallenen. Menschen, die, wie ich, immun gegen diesen Virus sind, haben dies meist der Akzeptanz von Realität, der Bildung und der ausgeprägten Fähigkeit des kritischen Denkens zu verdanken. Daher ist eine Impfung mit zwei Mitteln erfolgreich und hat eine 96-prozentige Erfolgsrate. Erstens Realität und zweitens Bildung. Bei Auftreten von allergischen Reaktionen auf Wahrheit, Fakten und Realität ist von einer weiteren Behandlung abzusehen und beides sollte abgesetzt werden. Die Impfung erfolgt in Schüben und mit individuell auf den Empfänger abgestimmten Inhalten und Dosierung. Wichtig und Basis der Behandlung ist die Akzeptanz der eigenen Fehleinschätzung. Hier hat sich der Einsatz des sokratischen Gesprächs bewährt. Eine erste Besserung erfolgt sehr schnell und die Dosierung kann langsam gesteigert werden, sodass körpereigene Abwehrkräfte Zeit haben, sich zu stärken, indem kritisches Denken speziell gefördert wird. Nach und nach kann bei Einsatz von Realität auch rationelles und logisches Denken wieder stimuliert und dadurch gestärkt werden. Hierdurch wird eine erhöhte Akzeptanz der Realität erreicht und der Effekt kann dann auch nachhaltig über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, bis sich eine gesunde Schutzschicht aus Skepsis bildet. Bei sehr heftiger virulenter Erkrankung kann es in Einzelfällen zu allergischen Abwehrreaktionen kommen, die sogar aggressiv und kämpferisch sein können. Hier bedarf es speziell geschulter Hilfe bei der Darreichung der Impfstoffe, um ein sanftes, aber wirkungsvolles Resultat zu erzielen. Bei einzelnen Probanden sind in der Vergangenheit erhebliche Nebenwirkungen aufgetreten, da es zu Entzugserscheinungen sowie stark ausgeprägten Schuldkomplexen kommen kann. Dazu können irrationale Angstgefühle auftreten sowie ein gefühlter Verlust der Daseinsberechtigung. Zudem sind noch vom Islamvirus befallene, eifersüchtig aufgeimpfte Personen und können irrationell und aggressiv diesen Gegenüber reagieren. Langfristig kann es hier gefühlsmäßig zu einer kognitiven Wir-und-Ich-Fehlfunktion kommen, sodass persönliche Aussagen nur sehr schwer möglich sind und stets das Wir als Gruppe im Vordergrund stehen kann. Das Gefühl eines Verlusts der ständigen körperlichen Rituale wird meist schnell abgebaut, wobei aber auch beobachtet wurde, dass einzelne Formen noch sehr lange weiter beibehalten wurden. Die Behandlung kann leider keine Immunität versprechen, sodass vereinzelt unvermeidliche Rückfälle aufgetreten sind. Beim Großteil der Behandelten ist allerdings neben der allgemeinen Erleichterung eine Steigerung der Lebensqualität sowie eine stark ausgeprägte Sozialkompetenz bemerkt worden. Gute Besserung allen Befallenen!